die kuh macht einer flitzer schon wieder mit den schafen unterwegs lauf doch nicht weg vor mir lauf weg wenn ihr mich seht bevor ihr vergewaltigt wer ist mit deinem vergewaltigen sagen du willst so richtig schön richtig schön den enge anus rein weiß ich sehe schon wieder in den kommentaren ihr seid so scheiße hört doch mal auf die schlimmen Wörtern Mami seid so behindert Leute das ist ja wir sind behindert aber wir sind behindert mit Style Liebe Community das ist nicht das Schlimmste oh ja wir haben wenigstens kein keine 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 Flugmaschine absichtlich German Wings hier keine Werbung ja was das ist doch keine Werbung ab 27 Steaks und ihr kriegt davon nichts was hast du Steaks von was Steaks Steaks Kuhfleisch Steaks ich hab Steaks verstanden was Mati du hast gesagt eine Aufnahme rülpsen ist erlaubt ja das stimmt aber in zwei nicht was in zwei Aufnahmen nicht in einer jahr in zwei nicht ja das stimmt Entschuldigung ich entschuldige mich bei der Community dass ich diesen Rülpsal gebracht hab und äh werd mich hochpersönlich bei YouTube entschuldigen hochpersönlich höchstpersönlich entschuldige ja genau hochpersönlich haha ich werd mich hochpersönlich be äh beleidigen ich kommt mal in die der ja Peter Peter Pan ich will mal ne Runde zum Peter Pan ja ich würde euch gerne in meine Hose stecken krrrr warte bring mal ne Tür mit ne Tür ja ne Lektüre ne oder ne Drehtüre ich lege mich jetzt ins Bett nackt oder fuck hier verschwinden dinge ah ne da ist er ich hab die Tür ich komm geh weg oah hast du ne Diamantspitze jetzt buddy nö und du bist auch ach du liegst jaaa Tür mal ne Runde oder die Schlacki hör alter was geht mit dir schief da boah morgens 6 sagste morgens 6 morgens 6 morgens 6 und früh abends 5 ich fülle mir von morgens bis 5 jaa renn mir vor die Spitzhacke du Arsch jaa hat mir nichts gebracht so schwer da zücken Männer und froh lol falsche Richtung brauche hier ne Tür brauche hier ne Tür brauche hier ne Tür ja damit wir hier zu machen können hallo hast du das alles eingebaut so und jetzt geht los hier ja natürlich hab hier mal nen Gang gebaut das müsste die Richtung sein zur netter Fassung das ist doch gut da kann man hier auch äh auf die einen Seite die Rohre und auf die anderen Seite die Redstone Facken für die Porten Schienen Leute in welchen wo ist die jetzt ich glaube jetzt da die Richtung noch die Richtung da wo 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 vielleicht auch in der Richtung oder in der Richtung angeblich hast du es nicht der Portal ja gesehen der kann dann nicht so weit weg sein ja ja da ist gut ähm ich brauche mal weiter mit niedersteine ey sie ist sie ist sie ist sie ist sie ist sie ist sie um die Kurve siehst du den Pfeiler da und sie seitdem da haben ja den sie ich glaube das ist in der Richtung jetzt aber wir sind so eine geile Community mittlerweile auch noch gut sie ist das da ja war ein die Stadt zu beklären ja in dieser Richtung jetzt bin ich runtergekommen oder auch weil ich es ruhe oben in welche Richtung ist wir denn einmal hier kann die Richtung in die hier in da wo ich jetzt diagonal da gehen wir noch ein Stück weiter nach vorne oder hätte ich gesagt ja gut und wie sollt ihr zurückkommen bitte auf den Weg was was hihihi 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 ich gebe dir gleich von der Lava runderschutz ich habe Angst dass mein Finger nachlässt oder ich einen Krampf im Finger bekomme und der Shift-Taste ne mhm wenn du da den Daumen so unten drunter ziehen musst hast von wen ist das Handy leer von mir Akkuladung niedrig ich muss mal kurz hol auf hihihi 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 ich wollte den Gas anspringen aber ich habe nicht gekocht oh Alter bist du tot nein 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 der Gas ist weg doch doch der Gas Alter da unten ist er da unten ist er wo da unten sie sind nicht da oh mein Gott oh oh ich gehe mal wieder Cobblestone holen wir müssen Bunker hier bauen wir bauen jetzt hier nen Bunker ja wir sind ja dabei komm holen wir mal Cobblestone wir müssen uns konzentrieren Jungen das war eine knappe Situation wir hätten runterfliegen können ja echt mal das war jetzt ja Maul Handy Boah Alter das war so ich hätte mir ne Hose lol Alter ist das ne geile Aktualisierung was ja von dem ganzen Android System warum was ist Alter als ob wir nicht so viel Großstein mehr haben doch installiere der Anwendung ich muss mal kurz lol kacken ah ok nein ich muss mal kurz mein Handy einstecken boah Leute äh ja das war knapp ne ja aber bin ich es gab es jetzt mal hang on I am right back lol jetzt gab es hier mal ein bisschen Spannung Leute ja ganz auch mit dem mit dem Witz ah in diese Richtung ach ja Alter ich liebe es so die Leute werden diese Season so mögen hoffe ich doch so wir nehmen wir nehmen eine Werkbank mit wir nehmen äh Koppelstunden und ne Truhe mit ne ne Doppeltruhe der Gas sieht mich nicht der Gas Gars 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 jetzt gleich wieder Party äh it's a party in der Höhe hier was hast du denn für ne Android äh Aktualisierung äh boah was war das für eine keine Ahnung also ich hab 4 4 4 drauf bei mir und eigentlich das ist die neueste jetzt die ich haben kann äh boah ich den jetzt so vorsichtig raus ich wollte ja Kisten haben ist einfach ne Neuaktualisierung ne ich nicht ups verbaut verbaut warte mal wir müssen hier äh unsere Festung ausbauen wir hier dann noch gleich eine Zuglinie haben ähm baut das mal grad ab da Pega ähm ich bau grad ich geh einmal grad kurz raus so gehst du ganz kurz rüber raus ich brauch Futter muss gucken ich hab noch 2 Steaks The Time Manager ja boah ich liebe den Sound hier drin boah ich liebe grad diese Situation Action ohja ich hab mir glaub meine Nase ey hier hat keiner weiter gewahrt das ist Rechheit wo ist denn jetzt der Garsten Leute dazu ist Bericht keine Ahnung der taucht wahrscheinlich gleich wieder auf irgendwo der tut gleich um die Ecke geschissen meine Frage ist wo ist das ganze Essen hin ich hab ein bisschen Fleisch mit wir hatten wir richtig zu fressen wir müssen echt mal Pülzucker 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 ich mach mal den Ton an ich hab Angst das gleich der GAS ja mach mal die Wand rein ähm Musik na was sind das Kreaturen gegnerische Kreaturen ähm ja feindliche alte die Musik ist voll geil hier drehen voll beruhigen und Pülzucker 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 Da machen wir einfach eine Abzweigung nach links und bauen da noch eine Türe rein. So eine Zwischenstation. Da kann man da nämlich auch raus. Weil wir brauchen ja eh noch ein netter Quarz. Ich höre den Gas. Ich höre den Gas. Wir brauchen ja eh noch ein netter Quarz. Ich habe feindliche Kreaturen aus, die mir so auf den Sack gehen. Wenn ihr feindlichen Kreaturgeräusche reinhaben wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Ich bin dafür Garst und Höhle, also Hölle. Und Höhlenentdeckungstouren ist das ganz okay. Aber die ganzen Pigman-Geräusche kann ich einfach nicht ausstehen. Hörst du den auch, Pekka? Ja. Das macht Angst, ne? Ja, ja, nein. Doch. So Baby-Geräusche, Alter. Wie so ein Monster, weißt du? Voll eklig. Ah, nee. Ich habe mir den Roten gekackt. Nein, nicht die Blöcke. Die kann er ja sofort zerstören. Ja. Wo meinst du jetzt, wo die Festung ist? Ja, genau hier durch die Wand. Hier so durch? Ja. Und da will ich ja eigentlich durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lassen Sie mich durch, ich bin schaulustiger. Wenn Pekka stirbt, ist das nicht so schlimm. Oh ja, dafür würde ich ihn killen. Ich würde mich opfern für Pekka. Oh. Oh, jetzt hast du dich aber gut gerettet. Leck mir im Arsch. Wir bauen hier schon wieder so eine Scheiße. Ja, da ist auch die Festung. Die Festung Dung. Du Dödel, Alter. Ja, Dödel. Hans Dödel heiße ich. Oh, ich kann nicht bauen, Alter. Jeder, fast jeder Block geht daneben. Ja, dann lass das lieber mal Pekka und mich machen. Als Maul. Als Maul, Mami. Dann musst du es gleich schon wieder so anfangen. Ja. Komm her, komm. Eins gegen eins. Ach. Ich liebe diese Season. Oh ja, ich auch. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Wenn ich, gib trotzdem einen Daumen nach oben. Ja. Du bist sicher, dass sie hier hinten ist? Ja. Ach, doch, da drüben. Aber da kommen wir noch weiter durch. Warte mal. Weißt du, wo die ist? Da ist die. In diese Richtung. Wenn du dir so ein bisschen seitlich guckst, siehst du. Aber wenn wir so bauen und dann gerade durch, dann können wir direkt anschließen an diesen Gang. Weil wir sind ja, wenn wir hier... Also ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen jetzt noch weiter geradeaus durch. Aber Pekka, wenn wir geradeaus durchgehen, können wir direkt an den Weg anschließen. Ja, gut. Ja, hier, dafür kriegst du sogar einen Klatsch. Ey, wow, 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 wow. Ich dachte, da wäre Lava. Wow, musst du mir immer so Angst machen. Ja. Also hier machen wir noch eine Türe rein. Ja. Da kann man ja nämlich auch raus. Ich hab mal keine Hochsteine mehr. Ich hab noch genug. Pekka baut das mal ab. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid, liebe Community. Das tut mir leid. So, der Weg, hier kommt eine Türe rein. Jawoll! Pekka geht's gut. Ja. Wohin wollt ihr jetzt? Wir müssten jetzt quasi geradeaus und dann nach rechts. Und wenn du darüber guckst, siehst du unseren Steg, den wir gebaut haben. Siehst du den, Simon? Nein, ich hab glaub die Chunks nicht so frei. Ja, hier. Wenn du, guck mal, ich hab auch nicht viel. Aber wenn du jetzt so geradeaus guckst, siehst du rechts quasi im Augenwinkel den Steg. Du musst nicht hinkucken. Ich hab... Geradeaus zu Smarty und dann im Augenwinkel rechts ist der Steg. Ja, mein Kehrs leuchtet zu arg. Ganz ehrlich, ich hab die Sichtweite komplett auf volle Chucks. Ja. Chucks. Volle Chuck Norris. Ich würde dann sagen, wir brauchen uns so, dann schließen wir genau an diesen Dings an. An diesem Weg. Dann müssen wir glaubt noch mal durch den Berg. Weil das ist dann sicherer als so komisches Wort. Auch realistisch. Dann lass auch noch hier ein paar Pfeiler runter machen, weil dann sieht die Brücke noch realistischer aus. Ah, das ist Krümelkacke. Puh. Ich hab keine Kobbelstones mehr. Ich hab noch ein paar Stegs hier. Ich geh mal wieder holen. Wir haben auch keine mehr. Wir haben auch keine mehr. Auch nicht mehr in der Truhe? Nein, die Truhe ist mehr. Ich hab alles rausgenommen. In den großen Truhen auch nicht mehr, ne? Nein. Hallo, ich hab dir hier was hingeworfen. Ja, mach mal dort weiter. Ich würde sagen, wir leuchten dann auch hier ein bisschen aus, wegen Mobspawns. Aber hier kommt auf eine Linie kommt eine Schiene. Am besten eine Richtung und auf die andere. Ne, dann können wir die Schienen nicht mehr powern. Oder wir machen Wasser und Boote. Ja. Ich hab... Wasser und Boote? Das wär natürlich mal... Ne, Wasser verdampft ihm das mal. Das geht gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst kein Waffen setzen. Ja, wusste ich noch nicht. Also, ich bin nicht so der... Mein Kraft. Vieles gerne. Mit so ein paar Freunden namens... Ja. Äh. Äh. Äh, was soll ich denn jetzt? Ich hole du Cobblestone. Haben wir keinen mehr. Ja, dann nimm doch Andesit und Diorit da den Scheiß. Ja, nimm mal. Obwohl, nee, das sieht dann kacke aus, oder? Ich hab noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieh... Komm, wir nehmen Granit diesen... Und Andesit und... Ach, weißt du was? Ich nehm einfach alles mit. Scheißegal, Alter. Dann können wir wenigstens mal hier die Scheiße verarbeiten. So, so Scheißtöpfe, weißt du? So... Nicht aus Lehm, nee, nee, aus Scheiße. Wir müssen hier drin dann unbedingt ausleuchten wie den ganzen Zombie-Pigments, weil wenn wir dann hier Schiene reinmachen, dann halten die unsere Lohren auf. Dann gehen wir wieder zurück. Verdammt! Ich bin unterwegs, Maddy. Du musst hier mal... Im schlimmsten Fall, ich weiß gar nicht, ob man Nether-Rack auch nehmen könnte. Ich hab' mir mal eine Spitzsacke. Äh, ich hab' eine, ich hab' eine, Smarik. Ja, aber ich hol' mir auch eine, wenn wir mal unterschiedlich weit sind oder so. Achso, ich hätt' dir jetzt eine gegeben. Ja, Alter, man merkt gar nicht, dass man unter so'n Lavasee ist, wenn man hier durchhüpft. Ja. Wir können auch Glasscheiben da ranmachen. Und dann sieht uns aber der Gas. Ja, dann sieht uns der Gas. Nee, ich glaube, Monster sehen dich nicht durch, äh. Das, doch. Nein. Doch. Ich glaube nicht. Doch. Ich das sage, dann ist das schon. Wenn ich das sage, dann ist das schon. Und? Front. Nee. Oh, Alter. Ja, mein Name, meine Idee. Ja, hab' ich schon erwähnt im Video. Hat man unsere Apartments schon gezeigt? Ja, das kommt doch, liebe Freunde. Ey, wenn ich jetzt hier einen Zombie Pigment schlage, ne, dann wären wir total im Arsch. Ja, vor allem Ding, wenn wir hier den Gang bauen müssen und die Geister gehen uns dann noch auf den Sack. Diese Biester. Mach das mal lieber nicht, mein Freund. Nö, mach' ich auch nicht. Ups. Die werden böse, Mami. Na, du Hackfresser. Der guckt mich voll schief an. Du bist so hässlich wie deine Gelder. Oh, mhm. Äh, alter, der sieht so krass aus. Ich schieb den mal raus. Und tschüss. Das war gute Idee. Oder weg? Ich hab' fast nur gute Ideen. Von 8 Uhr bis... 8 Uhr 01. Ja, genau. Ja, genau.